Herzlich Willkommen, ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft All of Fabrics 3 und ja, es sind Dinge passiert, ich habe mal wieder begonnen aufzunehmen, ohne dass das Mikrofon gelaufen ist und deswegen haben wir hier unten jetzt ganz kurz, warte mal, ich zeige es euch, das war hier, gemeinsam eigentlich diese Solarpanels gebaut, um unsere ZEP-Fabrik, die wir ja jetzt planen, effektiv zu automatisieren. Das heißt, hier haben wir die ZEP-Geschichten, die rauskommen und hier hinten unten, wenn wir da überlegen, das hier ist das Dach, wo die ZEPs eigentlich runterfallen, dann müssen wir uns Gedanken machen, ob wir hier nicht irgendwo ein Plätzchen finden, das viel Sonne hat und vielleicht, ja, als Solaranlagen Platz dienen könnte. Wir müssen das aber dann natürlich so verstecken, dass man das nicht sieht, wenn man vorbeiläuft. Und das müsste eigentlich hier schon in der Nähe sein, wo wir effektiv dann lagen. Da ist das Dingens. Wenn ich jetzt sage, hey, okay, wir schmeißen die hier rein, dann bekommen die noch nicht so viel Sonne, da können wir es aber super verpacken. Wir decken welche Büsche. Deswegen müssen die Bäume hier mal weg, kurz. Vielleicht bauen wir da so kleine eigene Bäume hin. Da kann man hier vielleicht so ein großes Solarfeld machen, bis so ein, ja, hier so drüben. Wird eigentlich Sinn machen. Basics Solarpanel, da passiert noch gar nichts. Da müssen wir vielleicht warten, bis die Bäume weg sind. Und dann könnte man sich vorstellen, dass man sagt, okay, wir machen da so ein Panel mit Solar, verstecken das gut und ziehen das mit Kabel runter. Können wir mal gucken, wo wir jetzt da rausgekommen sind. Da habe ich noch ein bisschen, ja, Kohl gesucht und so ein paar Dinge gemacht, zwischen den Folgen. Die Maus immer. So. So, wenn wir jetzt schauen, kommt das hier hinten raus, hm? Das heißt, hier könnte man so ein Stromnetzwerk machen. Das können wir runterziehen. Und die Zeps eigentlich dann mit Pipelines hier rüberziehen und hier so ein paar Öfen machen. Dann müsste man hier auch nicht so diese hässliche Brücke haben, wenn man das hier nach hinten ziehen würde und hier einen Ofen hätte. Sprich einfach eine Stromleitung. Dann würde das ja irgendwie mit dem richtigen Ofen einfach so durchrasseln. Also, zeige ich jetzt mal, was haben wir hier? Ich glaube, das war der Iron. Iron. Iron Alloy Furnace. Ich bring alloys from English dust. Fancy. Was ist das? Was ist das? Iron Furnace. Das ist nicht der. Was haben wir denn sonst noch für ein Furnace? Fabric Furnaces. Das ist auch nicht der, den ich suche. Ich hätte das gerne ein bisschen elektrisch. So. Electric Furnace. 1Ki. Max Energy. Das heißt, damit könnte man schon vielleicht das eine oder andere machen. Was braucht denn die? Gut, das ist eigentlich Iron Furnace. Das ist gar nicht so eine teure Geschichte. Dann ein bisschen Redstone und so eine Platine wieder. Was fehlt uns hier? die Platine. Hier fehlt uns. Gut. Also, lass mal gucken. Wir machen jetzt erstmal den Ofen an sich. So. Wir machen den Ofen an sich. Dann machen wir hier... Schau mal hier. mal 11 von denen. Vielleicht zweimal so. Dann brauche ich das hier, um wieder die Kabel zu machen. Gib mal Kupfer hier. Drei Stück. Machen wir das mal so. Nehmen wir hier ein bisschen von dem. Dann haben wir sechs von den Kabeln. Das ist schon mal gut. Kann ich nämlich sagen. Okay. Die zwei haben wir jetzt auch. Also, zeig mal hier. Zeig mal hier. So. Einmal. Sehr schön. Dann haben wir hier zu viel in der Tasche. Dann gehen wir nochmal hier rein. Gucken. Für den brauchen wir den hier. Den haben wir jetzt. Dann können wir jetzt sagen. Okay. Wir machen den Electronic Furnace. Dann haben wir hier aber einen neuen Kabel. Dann müssen wir mal gucken, dass wir uns hier nicht ständig verletzen an den Kabel. Und wenn das jetzt hier ist. Dann können wir das gut so rüberziehen. Das ist super. Also, jetzt haben wir das hier. So. Wir haben da ein neues Kabel. Nehmen wir hier mit. So. Wie wäre das hier unten? Na, vielleicht eins weniger hoch. Oder zwei sogar. Das werden wir dann vielleicht sogar noch eins nach hinten verlegen. Jetzt lädt sich der auf. Das ist eigentlich sehr schön. Jetzt müssen wir einfach noch gucken, wie wir das Ganze hier herbekommen. Das heißt, wenn wir jetzt diese Pipes haben hier, bekommen wir die vielleicht schlau da nach hinten. Schlau nach hinten heißt, wir nehmen mal die Kiste weg hier. Sind wir hier schon draußen? Na ja, sehen wir. Schade. Das heißt, ich würde jetzt hier mal mit der Pipes nach hier fahren. So. Dann hier nehmen wir das auch weg. und sagen. So. So. Dann müsste das ja eigentlich fast funktionieren, wenn wir hier runtergehen und sagen, Okay. Hier haben wir noch drei. Wir müssen mehr Pipes haben. Lass uns noch Pipes machen. Brauch mal dazu schon wieder. Die Glasscheiben wieder. Sonst hätten wir genug Zeug. Sehr schön. Gibt acht. Und dann vielleicht noch, oder kann ich das direkt in die Kiste tun und die wird dann eingesogen von der Maschine? Wir haben ja jetzt zwei Kisten. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, warte mal. Und dann machen wir hier Kiste eins. Dann müssen wir ja mit der Zeit selbst kommen. Und die kann man dann effektiv in die Kiste zwei schmeißen lassen. Und wenn ich jetzt hier sage, Okay. Input kommt von hier. Blue side means input. Orange means output. Dann wird das so. Dann können wir das mal probieren. Aber nur mal zum testen. Was kann man braten hier? Habe ich was zu braten? Nö. Ah doch. Dann geht das so rüber und kommt hier raus. Das wäre eigentlich super. Kann ich jetzt mit den, mit den Basalt, gibt es da Stufen von? Nee. Gibt es da Stufen von? Ja, da gibt es Stufen von. Schön. Dass man das hier ein bisschen so reindecken kann. Fünf haben wir reingetan. Also der Abfluss funktioniert noch nicht ganz. Art-to-Artput. So. Dann geht das hier rein. So, warte mal. Dann müsste das funktionieren. Ah, nehmen wir das hier mal wegkommen. Das ist eh hässlich. Das gibt dann vielleicht noch schöne Verlegungen irgendwann. Aber das können wir dann mit Bambus, Bambustischen machen. Und das so. Das so. Und das so. Aber das wäre der Anfang. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis hier mal Sepp kommt. Aber ich denke, das müsste funktionieren. Okay. Also ist es natürlich schön, wenn man das Geräusch hören würde. Schlafen wir mal. So. Oder muss ich das oben noch in der Kiste tun? Ich mache das. Pipe Probe. Baut ich das? Was macht die Pipe Probe? Möchte ich irgendwas, um die zu konfigurieren? Kann das sein? So. Machen wir das so. Stickies haben wir noch. Mach mal. Gut. Dann nehmen wir das so hier, das so, das so, eins, zack, zack. Mal gucken, ob ich mit dem was machen kann. Nee. Geht nix. Fünf, immer noch. da müsste ja eigentlich mehr kommen jetzt muss ich das in der Kiste tun separat noch habe ich noch eine Kiste hier ne komm wir probieren das mal das heißt wir müssten noch mal so ein Föhnus Dings machen wie viel Eisen haben wir denn noch jetzt nicht mehr viel sechs hier noch zum Braten und hier oben und hier und hier nicht mehr viel wer knapp 5,5 nee geht nicht für das hier brauche ich ja dann ja okay das würde schon gehen aber knapp da haben wir schon wieder kein Eisen mehr ich muss es machen echt weil ich muss das jetzt hier einfach mal hinbekommen dass wir mal ein Projekt abschließen eins zwei zu wenig Spruce haben wir noch Spruce hier haben wir noch nee das geht sicher mit diversen Hältern drei dann nehmen wir das hier warte mal hier die zwei Eisen nehmen wir noch mit dann machen wir das hier in die Mitte zwei von denen Iron Puller einmal so müsste es gehen gut hier läuft ja immer noch nichts gut das heißt wenn ich jetzt hier hier sage hier machen wir eine Kiste hier machen wir es so und dann möchte ich vielleicht sagen die Kiste hier machen wir anders die setzen wir eins höher dann da auch und Nehmen wir das mit hier Was soll das? Das mag mich nicht Ah, hab mal Könnte die jetzt Ist das wie das gedacht? Könnte sein Das ist gemein Also echt Gemeinheit Dann übrigens Hier hätte ich kein Licht Ah, jetzt Aha Das funktioniert Nice Sehr schön Also Schon mal erste Stufe Und ich würde sagen Guck mal Wie es weiter geht hier Ich danke dir für die Zeit Und wünsche dir einen guten Tag Dein Kuhmann Tschüssi